was geht ab liebe leute und herzlich willkommen ich bin es wieder euer jokermeister und wir spielen mal wieder parkry 6 pagans kontrolle leute und wir nähern uns dem reinen ende zu also wir haben alle drei teile von der maske gesammelt und es fing dann alles zu beben hier eine lawine ist oh shit das ist ja eine lawine erst wir haben ein pokal bekommen ich werde ich werde ich die lawine die kommt die kommt die kommt die stelle 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 wo steht das ja relativ schwer ist das sowas von schwer leute ohne alle schön treten kommen werde ich schneller schneller vergangen also alle drei maskenteile haben wir gesammelt dann auf einmal fing alles an zu beben und wie ihr seht ist hier eine lawine unterwegs die ist sehr nah kaum kaum werde ich werde ich in die knarre vielleicht kann ich ja so schneller laufen und es fing an auch zu schneiden das cool ist ich glaube dass fach drei vier der erste teil war wo es ganze zeit geschneit hat die eine map hat nur auf einer map hat nur geschneit hat der andere war so vor winterzeit und irgendwie kommen eigentlich man die lawine die ist ja fast da und ist ja ganz nah guck mal leute so nah und nähe ich bin schon gespannt was uns jetzt erwartet die ganz oben mich hoffen komm 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 und es ist das denn vielen Masken-Teile öffnen die Türen, wie es aussieht. So eine große Tür. Okay, das ist das Innere des Palastes. Also wir sollen die Familie finden, Pagans Familie. Gut, wer wohl der letzte Boss sein wird? Ich bin gespannt. Entweder AJ oder Juna. Ich glaube mehr, aber AJ. Guckt mal Leute, wie das aussieht, echt cool. Wie Spongebob sagen würde, Korall. Oh. Papa, danke, dass du dich an mich erinnert hast. Ich weiß, du kannst mich nicht retten, aber das reicht schon. Ich wollte dir nur sagen, dass du absolut perfekt bist. All das, was passiert ist, das war nicht deine Schuld. Mohan, Juma und die fiesen Terroristen. Das sind die Bösen, nicht du. Ich hab dich lieb, Papa. Für immer. Ich hab was für dich getan. Ich hab was für dich getan. Alles. Öffne mal die Tür. So, vielleicht ist ja hier eine Kampfarena. Oh, cool. Ich weiß schon, was ich mir kaufe. Und zwar nämlich, das hier ist zu teuer. Aber die Spritze. Ja, erhöhe die Tragekapazität für Gesundheitsinjektionen um 2. Genial. So, jetzt hab ich die höchste, höchste, also Zahl der Injektionen. Soll ich das nehmen? Ja. Ich wechsle mal gegen, gegen was? Gegen das. So. Hier hab ich auch alles. So, dass ich gar nichts mehr brauche. Also Leute, dann legen wir mal los. So. Öffnen. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Kann ich zurück? Nein. Ah, ich bin innerhalb des Palastes. Dann ist ja gut, oder? Das ist AJ´s Mann, glaub ich, ja? Kann ich hierbleiben? Bei Ihnen? Für Auflagsmana. AJ, gib mir doch mal das Krabbenrangun. Was soll das sein? Nein. Was ist jetzt? Ist das AJ? Oh, ne, das sind ja lauter Pagans kombiniert mit normalen Soldaten. Komm, komm. Komm, komm. Gut, 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 gut. Weiter, weiter. Zack, zack. Wo sind die denn so viele, echt? Ah, die Waffe ist genial, echt. Zack, zack. Guck mal, Leute. Zwei Schuss und das war's schon. Aber die Pistole, die ist auch gut. Das, was ich hatte. Mein Land. Meine Familie. So, noch eine Spinninjektion nehmen. Genau. Das. Verkauft. Okay. Wo seid ihr? Kommt nur. Zack, zack, zack. Gut, 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 gut. Weiter, weiter, weiter. Zack, zack, zack. Der bringt dich jetzt selber um. Jo, der bringt sich selber um. Ich wusste es. Hey, du. Da hast du. Ah, hat dir das gefallen? Nur heil mal. Ja, um zu schießen, Mensch. Wo ist er? Der kann ja nicht tot sein, oder? Komm, komm, komm. Komm, komm, schieß auf ihn. Uh, das war knapp. Injektion. Nach oben gehen. Okay, 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 okay. Jo, das ist echt gefährlich. Wenn man hier jetzt sterben würde, würde ich mich umbringen, echt. So, noch eine nehmen. Was ist jetzt? Komm, komm, steck das Ding. Äh. Noch einmal. Zack, zack, zack. Und noch einmal. Wie sie schon raus bin, der wo ist, wo sie ist, jetzt überhaupt. Wo ist die denn? Die muss doch noch leben irgendwo. Hab ich dich schon getötet, oder was? Ja, wie es aussieht. Tee auf, Mensch. Meine Güte. Da sind diese paar ganz gefährlich. Wo bist du denn? Zack, zack. Und das war's. Komm raus. Muss ich dich echt hochkommen, oder was? Zack, 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 zack. Gut, na. So, ein Schuss wieder. Und mal die Kiste. Nehmen, zack. Neue, jetzt um. Oh, nee. Langsam, langsam. Die haben ja jetzt bessere Waffen und sind in die Überzahl. Komm, komm. Scharfschützen töten. Oh, nee, Granate. Die Scharfschützen sind ultra gefährlich in Fakir. Das hab ich mehrmals erwähnt schon. Oh, nee, noch. Wo sind? Ich hab gedacht, ich hätte sie alle schon getötet, aber nee. Offenbar nicht. Oh, nee, nee, weg. Das war knapp. Hier sind die anderen. Zack, 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 zack. Und das war's. Wo ist sie denn? Ah, da bist du. Zack, zack. Gute Nacht, mein Freund. Genau. Injektion. Verkaufen. Oh, nee, 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 nee. Granate, granate. Warte. Wo willst du hin? Warte, warte. Ah, du Stück Scheiße. Genau. Ah, nee, nee, nee. Wo willst du hin? Bleib mal da. Ich hab uns sonst so viele Granaten jetzt vergeudet. Komm, schieß endlich auf sie. Genau. Sie ist jetzt tot. Gut, gut, gut. Weg, Granate. Gibt's hier noch mehr Bosse? Ich hab's nicht zu. Oh, echt? Die sind jetzt gefährlich. Komm, werf das Ding. Ja. Genau. Ist er tot? Nee, 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 nee. Ist nicht tot. Wie in einem Wechsel noch? Komm, geh, lebt noch. Komm, töte, nehmt dich. Genau. Gut, 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 gut. Gibt's hier noch mehr Bosse oder was? Komm, töte, nehmt dich. Genau. Gut, 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 gut. Gibt's hier noch mehr Bosse oder was? Komm, töte, nehmt dich. So, das war's, oder? Ja. Was ist denn jetzt? Also, Leute. Das war's, wie's aussieht. Okay. Nicht schlecht. Kein schlechtes Game. Jetzt, wo ich die beiden DLCs vergleiche, von Fakrai Was Wahnsinn und Fakrai Pagans Kontrolle. Na ja, würde ich sagen, vielleicht, dass mir Pagans Kontrolle mehr gefallen hat. Auch wenn mir charaktermäßig Was also mehr liegt. Was ist so ein Charakter, der sich in die Seelen derjenigen, die das Spiel gespielt haben, echt gebohrt hat. Und, na ja, der Pagans ist ja auch cool, aber nicht so, wie war's. Montenegro ist der coolste. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und lasst ein Abo da. Tschüss, macht's gut. Euer Joker Meister. Und zwar. ça. Vielen Dank.